Mit 50 PS und 7,5 Kubik Zentimeter. 7.500 oder 7,5 Liter gefahren von Jan de Boer und meiner Beifahrerin Marion Hammann. Ich mache es mal kurz. Das Fahrzeug ist keine 90 Jahre alt, das Fahrzeug ist keine 95 Jahre alt. Das Fahrzeug ist in diesem Jahr 98 Jahre alt. Baujahr 1914. Sehen Sie es sich gut an? 44 Roadster aus dem Baujahr 1929. Schon wieder zwei Jahre mehr, also 83 Jahre alt. Auch hier darf ich Sie mal bitten, auf das äußerst gepflegte Fahrzeug zu achten. Für mich persönlich sind immer wieder bei diesen Fahrzeugen ganz Thomas Klein mit seinem Ford A Sport Coupé. Ein langjähriger Teilnehmer, ich glaube von Anfang an unser Oldtimer Steele, auch als ihn noch nicht Klassik hieß, war immer wieder mit seinem Fahrzeug aus dem Baujahr 1927. Also schon wieder noch ein Jahr älter. Der Graham Page Modell 612 aus dem Baujahr 1930, immerhin dann auch schon 81 Jahre alt. Mit Wolfgang Kaltenhäuser, Rosemarie Gröning und Tristan, ja ist auch da, Linkfeld, sehr schön. Graham Page war ein US-amerikanischer Automobilhersteller, der 1927 auch gegründet wurde. Ein BMW Eisenach Dixi, auch genannt 3-15, gefahren von Wilfried Gasser und Karl-Heinz Boos. Das Fahrzeug wurde 1956 für 700 D-Mark in Düsseldorf gekauft. Im gleichen Jahr wurde das Kfz vom TÜV aus dem Verkehr gezogen. Auch alte Wicke unserer Rallye mit ihrem Mercedes-Benz Ponton 180B aus dem Baujahr 1960. Befindet sich weitgehend im Originalzustand, wurde restauriert im Jahr 2009. Hat die Klassik-Date-Note 2, hat ein großes Falltag, 50 Jahre alt. Fiat 2300 Berliner mit Andreas Schröer und Irina Barth. Ein restauriertes Fahrzeug. Das Fahrzeug wurde gebaut von 59 bis 68 und wurde in 69 vom Fiat 130. Das war ein Roadster, der vom britischen Automobilhersteller Triumph von 1962 bis 80, 1962 bis 80 in verschiedenen Versionen produziert wurde. Das letzte Modell war der Spitfire 1500, der hier vor Ihnen steht. Nicht ausgerechnet dieses Fahrzeug, sondern als Modell. Das letzte Modell war der Spitfire 1500, der hier vor Ihnen steht.